Du interessierst dich für eine Umschulung zum Fachinformatiker? In diesem Video zeige ich dir, wie eine Umschulung abläuft, welche Wege es gibt und, besonders wichtig, wer am Ende die Kosten übernimmt. Und am Ende des Videos gehen wir auch nochmal genauer auf den Beruf des Fachinformatikers ein, damit du weißt, was dich erwarten wird. Im Gegensatz zur normalen Ausbildung richtet sich eine Umschulung an Menschen, die bereits im Berufsleben stehen oder standen. Du bringst also schon Erfahrung mit, willst oder musst dich aber beruflich neu orientieren. Vielleicht kannst du deinen bisherigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben oder deine Branche bietet einfach keine Perspektive mehr. Der große Vorteil an einer Umschulung? Deine bisherige Berufserfahrung wird anerkannt. Deswegen dauert eine Umschulung auch nur zwei statt der üblichen drei Jahre in diesem Fall. Es gibt drei verschiedene Wege, wie du eine Umschulung angehen kannst. Der erste ist die betriebliche Umschulung. Hier bist du direkt in einem Unternehmen, genauso wie bei einer normalen Ausbildung. Du arbeitest im Betrieb und kannst parallel die Berufsschule besuchen. Das bietet zwar den intensivsten Praxisbezug, ist aber bei Umschülern eher selten zu finden. Die zweite Möglichkeit ist die schulische Umschulung an einer Berufsfachschule. Der Unterricht ist sehr strukturiert, mit festen Klassenverbänden und Praktikumsphasen ergänzend die Theorie. Diese Form eignet sich gut, wenn du ein schulisches Umfeld bevorzugst. Die mit Abstand häufigste Form, und auf diese werden wir in diesem Video auch genauer eingehen, ist aber die überbetriebliche Umschulung bei einem sogenannten Bildungsträger. Anders als bei einer regulären betrieblichen Ausbildung findet die praktische Ausbildung nicht in einem einzelnen Unternehmen statt, sondern in den Einrichtungen des Bildungsträgers. Der Bildungsträger ist damit der Ausbilder und verantwortlich für die Vermittlung aller praktischen und theoretischen Inhalte. Ergänzt wird das durch Praktikumsphasen in echten Betrieben, aber der Bildungsträger bleibt der hauptverantwortliche Ausbildungsbetrieb. Hier gibt es sowohl öffentliche als auch private Anbieter. Die öffentlichen sind zum Beispiel die Berufsförderungswerke, die vom Bundesministerium für Arbeit koordiniert werden. Bei den privaten Anbietern gibt es große Überregionale wie WBS, Comcave oder GFN, aber auch viele kleinere regionale Anbieter. Auch bei einer überbetrieblichen Umschulung musst du ein Praktikum bei einem Unternehmen absolvieren, welches in der Regel sechs Monate dauert. Es gibt allerdings ein Problem bei dieser Art von Umschulung. Die Qualität der Bildungsträger kann sehr stark schwanken, manchmal sogar zwischen verschiedenen Standorten desselben Anbieters. Oftmals steht und fällt die Qualität deiner Umschulung mit einzelnen Lehrkräften. Und da kommen wir direkt zur nächsten Herausforderung. Viele Dozenten sind freiberuflich tätig und aktuell herrscht auch ein großer Mangel an guten Dozenten, wodurch die Qualität des Unterrichts leiden kann. Es hängt also von sehr vielen Faktoren ab, wie gut dein Bildungsträger ist, weswegen ich dir hier keine allgemeingültige Empfehlung abgeben kann. Wenn du selber schon mal so eine Umschulung gemacht hast oder gerade dabei bist, dann schreib doch mal gerne deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Du musst dir also unbedingt selbst ein Bild machen. Sprich mit ehemaligen Teilnehmern, besuche Infoveranstaltungen und vergleiche verschiedene Anbieter. Um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich eine Lernplattform für Fachinformatiker gegründet. Dort hast du den kompletten Stoff der Ausbildung, um dich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten und generell die Lerninhalte dir beizubringen. Wenn du also in der Umschulung bist und merkst, dass du nicht weiterkommst, dann schau dir das doch gerne mal an und behalte es im Hinterkopf. Eine Umschulung ist nicht günstig. Mit Kosten zwischen 20.000 und 30.000 Euro musst du rechnen. Aber keine Sorge, es gibt verschiedene sogenannte Leistungsträger, die das für dich finanzieren. Der häufigste Weg ist der Bildungsgutschein von der Bundesagentur für Arbeit. Den kannst du bekommen, wenn du arbeitslos bist, von Arbeitslosigkeit bedroht bist oder keinen Berufsabschluss hast. Mit dem Bildungsgutschein werden nicht nur die Lehrgangskosten übernommen, sondern auch Lernmittel, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten und sogar Kinderbetreuung während der Umschulung. Bei weiten Anfahrtswegen können auch Unterkunft und Verpflegung bezahlt werden. Ein weiterer wichtiger Leistungsträger ist die deutsche Rentenversicherung. Sie springt ein, wenn du aus gesundheitlichen Gründen deinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Voraussetzung ist allerdings, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Bei Berufskrankheiten kommt die Berufsgenossenschaft oder die Unfallkasse für die Umschulung auf. Auch hier ist die Voraussetzung, dass du noch erwerbsfähig bist, aber deinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und für Zeitsoldaten gibt es beispielsweise den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr, der die Umschulung im Rahmen des Übergangs in einen zivilen Beruf finanziert. Wie gehst du das Ganze nun konkret an? Der Ablauf sieht ungefähr so aus. Erstens, prüfe deine Situation. Wer könnte als Leistungsträger in Frage kommen? Mach dir auch Gedanken, welche der vier Fachrichtungen des Fachinformatikers für dich interessant wären oder such dir einen der anderen IT-Berufe aus. Zweitens, vereinbare einen Termin bei dem für dich zuständigen Leistungsträger. In diesem Gespräch wird deine persönliche Situation geklärt und besprochen, ob eine Umschulung für dich der richtige Weg ist. Bereite dich gut auf diesen Termin vor. Denn auch hier ist es von Ansprechpartner zu Ansprechpartner unterschiedlich, ob diese Maßnahme bewilligt wird. Je besser vorbereitet und klarer du in deinem Ziel bist, desto einfacher wirst du es wahrscheinlich haben. Drittens, parallel dazu informierst du dich bei den verschiedenen Bildungsträgern. Die bieten regelmäßig Infoveranstaltungen an oder individuelle Beratungstermine. Wichtige Fragen wären beispielsweise, wie sind die Erfolgsquoten bei den Prüfungen? Wie viele Teilnehmer finden danach einen Job? Oder wie läuft der Unterricht ab? Viertens, wenn du einen passenden Bildungsträger gefunden hast, sprichst du das mit deinem Leistungsträger ab. Passt das Angebot zu deinen Zielen? Ist die Finanzierung gesichert? Erfüllt der Bildungsträger alle notwendigen Voraussetzungen? Fünftens, wenn alles geklärt ist, kann es losgehen. Wichtig dabei, von Anfang an am Ball bleiben. Der Stoff ist kompakt, da du in zwei Jahren lernst, wofür andere drei Jahre Zeit haben. Und ganz wichtig, das ist jetzt nur ein grober Ablauf, wie ich ihn geschildert habe. Dadurch, dass es so viele unterschiedliche Fördermöglichkeiten, Leistungsträger, Bildungsträger und persönliche Situationen gibt, kann und wird es natürlich sehr gut möglich sein, dass es bei dir ein wenig anders aussieht. Diese Auflistung gerade dient der groben Vorstellung, damit du ungefähr einen Plan hast von den Aufgaben, die dir bevorstehen werden. Kommen wir nochmal zurück zur Praktikumsphase. Diese ist super wichtig für deine Umschulung, denn hier hast du die Chance, dir das praxisnahe Wissen anzueignen, welches du später für deinen Beruf brauchen wirst. Schau dir dafür unbedingt den Ausbildungsrahmenplan an, um zu wissen, was du am Ende der Ausbildung können solltest. Und orientier dich immer an diesem, wenn der Unterricht das ein oder andere Thema nicht abgedeckt hat. Ich weiß, es ist super anstrengend, gerade weil du den Inhalt von 36 Monaten in knapp 24 Monaten lernen musst, aber dein Einsatz wird sich lohnen. Es macht es dir auch einfacher, einen Praktikumsbetrieb zu finden. Eigeninitiative wird belohnt. Davor solltest du aber unbedingt viel Zeit und Energie in deine Bewerbungsunterlagen stecken. Auch wirst du vermutlich viele Bewerbungen schreiben müssen, da Umschüler es in der Regel ein wenig schwieriger haben, ein Praktikum zu finden. Das liegt einfach daran, dass der Begriff bei vielen Menschen im Kopf noch negativ behaftet ist und dieses Stigma musst du versuchen zu durchbrechen. Du kostest dem Praktikumsbetrieb kein Geld, zumindest was das Gehalt angeht, da du deine Bezüge durch deinen jeweiligen Leistungsträger erhältst, um deinen Lebensunterhalt weiter zu bestreiten. Das musst du gut in deinen Bewerbungen rüberbringen, falls dieses Unternehmen noch keine Umschüler eingestellt hat. Argumentiere, warum du bei diesem Unternehmen sein willst und warum du geeignet bist. Beispielsweise durch deine vorherige Lebens- und Berufserfahrung, durch erste Erfahrungen in der IT, durch eine schnelle Einarbeitungszeit und so weiter. Und dann heißt es, reinhängen, reinhängen, reinhängen. Mit etwas Glück wirst du nach der Prüfung in diesem Betrieb übernommen. Ich habe bereits ein separates Video gemacht, wo ich die Ausbildung zum Fachinformatiker im Detail erkläre. Generell alle Videos, die ich auf diesem Kanal darüber mache, sind auch für dich als Umschüler relevant. Ich habe es dir hier oben verlinkt, schaue es dir also gerne nach diesem Video an. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne kurz auf die Ausbildung zum Fachinformatiker eingehen, damit du dir darüber schon mal ein erstes Bild machen kannst. Seit 2020 gibt es vier verschiedene Fachrichtungen des Fachinformatikers. Die Anwendungsentwicklung ist der klassische Programmiererzweig. Hier entwickelst und programmierst du Software nach Kundenwünschen. Du solltest logisch denken können und Spaß am Problemlösen haben. In der Systemintegration kümmerst du dich um IT-Systeme und Netzwerke. Du richtest Server ein, planst und betreust Netzwerke und bist der Ansprechpartner, wenn technische Probleme auftreten. Diese Richtung ist ideal, wenn du gerne praktisch mit Hardware arbeitest und technische Systeme verstehen willst. Die Daten- und Prozessanalyse ist ein neuerer Zweig. Hier analysierst du Geschäftsprozesse und große Datenmengen. Du arbeitest mit Datenbanken und entwickelst Optimierungen für Unternehmensprozesse. Wenn du gerne Zusammenhänge analysierst und ein Händchen für Daten hast, ist das deine Richtung. Die digitale Vernetzung ist der vierte und ebenfalls neue Zweig. Hier geht es um die Vernetzung von Produktionsanlagen und Internet-of-Things-Systemen. Du verbindest verschiedene technische Systeme und sorgst dafür, dass sie sicher miteinander kommunizieren können. Diese Richtung ist spannend, wenn du dich für Industrie 4.0 und vernetzte Systeme interessierst. Die Ausbildung schließt mit einer gestreckten Abschlussprüfung ab. Als Umschüler machst du Teil 1 der Abschlussprüfung etwa zur Hälfte deiner Umschulung, also ca. nach einem Jahr. Hier wird dein Grundlagenwissen geprüft, besonders das Einrichten eines IT-geschützten Arbeitsplatzes. Diese Prüfung macht 20% deiner Gesamtnote aus und ist eine schriftliche Prüfung. Der zweite Teil kommt am Ende und besteht aus mehreren Teilen. Das Herzstück ist die betriebliche Projektarbeit und hier wird es spannend. Die macht nämlich 50% deiner Endnote aus und dafür brauchst du einen Praktikumsbetrieb, denn das Projekt muss in einem echten betrieblichen Umfeld stattfinden. Wichtig zu wissen, die Anforderungen an die Projektarbeit können je nach zuständiger IHK sehr unterschiedlich sein. Manche IHKs sind bei der Projektauswahl sehr streng, andere lassen dir mehr Spielraum. Informier dich also frühzeitig bei deiner IHK, was genau erwartet wird. Dazu kommen dann noch zwei fachrichtungsspezifische Prüfungen mit je 10% der Note. Die Inhalte hängen von deiner gewählten Fachrichtung ab. Die letzten 10% macht die Prüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde aus, die dann wieder für alle IT-Berufe gleich ist. Die Projektarbeit ist übrigens ein wichtiger Grund, warum du dich frühzeitig um einen guten Praktikumsplatz kümmern solltest. Du brauchst einen Betrieb, der dir ein geeignetes Projekt ermöglicht und dich dabei unterstützt. Das Projekt dauert je nach Fachrichtung 40 oder 80 Stunden, muss dokumentiert und am Ende vor dem Prüfungsausschuss präsentiert werden mit anschließendem Fachgespräch. Ein wichtiger Punkt noch, den du unbedingt verstehen musst. Die IT-Branche lebt vom selbstständigen Lernen. Erwarte nicht, dass du im Unterricht alles beigebracht bekommst, was du später im Job brauchst. Der Unterricht gibt dir die Grundlagen, aber vieles wirst und musst du dir selber beibringen. Das ist aber nichts Schlimmes. Im Gegenteil. In der IT ist autodidaktisches Lernen völlig normal und sogar erwünscht. Jeder Entwickler schaut sich regelmäßig YouTube-Tutorials an, liest Dokumentation oder lernt aus Büchern. Nutze also die Zeit während der Umschulung auch für eigene Projekte. Beispielsweise richte dir zu Hause ein virtuelles Labor ein. Mit kostenloser Virtualisierungssoftware kannst du gefahrlos mit Betriebssystemen, Netzwerken und Servern experimentieren. Wenn du Programmierer werden willst, fang direkt an zu coden. Es gibt unzählige kostenlose Ressourcen online, von CodeCams bis zu kompletten Videokursen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, ist oben verlinkt. Besonders wichtig, bau dir ein Projektportfolio auf. Dokumentiere deine Projekte auf GitHub, schreib einen technischen Blog oder stelle selbst Videotutorials. Das zeigt potenziellen Arbeitgebern nicht nur deine technischen Fähigkeiten, sondern vor allem auch deine Motivation und Eigeninitiative. Damit stehst du aus der Masse heraus und erhöhst deine Chancen deutlich, einen guten Praktikumsplatz zu finden. Versteh das als Chance. Du bist nicht auf den Unterricht allein angewiesen, wenn er beispielsweise nicht gut ist, sondern kannst dein Lerntempo und deine Schwerpunkte selbst bestimmen. Diese Fähigkeit zum selbstständigen Lernen wird dich dein gesamtes Berufsleben in der IT begleiten. Eine Umschulung ist keine einfache Zeit. Du lernst in zwei Jahren, wofür andere drei Jahre Zeit haben. Die Qualität der Ausbildung ist vielleicht nicht immer das, was du dir wünschen wirst. Aber gerade in der IT ist autodidaktisches Lernen weit verbreitet. Nutze also auch Ressourcen außerhalb des Unterrichts. Bleib dran, auch wenn es mal schwierig wird. Mit der richtigen Einstellung und Engagement kannst du die Umschulung erfolgreich meistern. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und für deine Zukunft alles Gute.